Herr Anton verließ die Schule an dem Tag, an dem er herausfand, dass nichts etwas bedeutete und dass es sich deshalb nicht lohnte, irgendetwas zu tun. Herr Anton verließ die Schule. Wir anderen lieben. Wir mussten Pianterin beweisen, dass es etwas gibt, das etwas bedeutet. Eine Mehrwertsbedeutung. Wir hätten aufhören für euch, bevor es so weit gekommen war. Ich glaube, Gruppenzwang beeinflusst uns eigentlich alle in unserem Leben. Also die Gesellschaft ist doch schon eine Art Gruppenzwang. Man wird ja hineingeboren in eine Gesellschaft, die einem eigentlich schon den Zwang auferlebt. Jemand entweder ausgeschlossen wurde, weil er das mitmachen wollte, dass jemand gar nicht mitmachen wollte, aber mitgemacht wurde. Die Gefahr beim Gruppenzwang liegt darin, dass man irgendwann seine eigene Meinung verliert, weil man nur noch darauf achtet, mit der Gruppe mitzukommen und da ein gewisses Ansehen zu haben. Und es macht einen im Endeffekt nur selber kaputt. Was solltet ihr von mir? Nein! Schnell dich an! Komm! Nein! Wir sind gerade in die zehnte Klasse gekommen. Wir fühlen uns modern. Wir kennen uns aus im Leben und in der Welt. Es dreht sich alles noch gut, wie etwas auf sich und nicht, wie etwas tatsächlich ist. Es ist am wichtigsten, dass uns da etwas passiert, was da etwas aussieht. Prügelt euch etwa wegen diesem Misthaufen. Was ist das denn überhaupt? Das ist die Bedeutung!